Auf meinem Kanal. Hier geht es um Produktbewertungen und zwar über Produkte, die ich mir in der Drogerie gekauft habe, die ich mir im Supermarkt gekauft habe oder auch in der Parfümerie, im Discounter. Was ich gerne benutze, das werde ich hier alles zeigen und ich werde zeigen, ob es jetzt irgendwie was bringt oder eher nicht. Deswegen habe ich gedacht, fange ich gleich mal an und zwar habe ich mich entschieden für die Neutrogena Deep Moisture, sofort einziehende Body Lotion und zwar ist das bei mir so, ich habe im Winter und im Frühling, ich habe so eine trockene Haut und sämtliche Body Lotions, die ich mir auftrage, die ziehen nicht ein, die fetten und so weiter und auf einmal habe ich mich an eine ganz altbewährte Marke erinnert und zwar einfach an Neutrogena und ich habe gedacht, probieren geht über studieren, ich nehme sie mal und probiere es aus. Ja und was soll ich sagen, tatsächlich nach dem Baden, nach dem Duschen eingecremt. Die Haut wird wunderbar samtig, die Lotion zieht ein, sie hat einen solch angenehmen Duft, der erinnert mich an Kindheit, an Schwimmbad, also das irgendwie, verbindet mich dieser Duft mit meiner Kindheit und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir die auftrage, ganz sanft ist die zur Haut, sie zieht sofort ein, also fettet nicht, ja das ist ja auch noch das Problem, wenn man sich eingecremt hat, morgens, abends und man zieht sich dann an und die Kleider, die kleben so an einem, also das kann ich überhaupt nicht leiden und deswegen habe ich gedacht, ich probiere das und die zieht sofort ein, die fettet nicht, ja ich lese euch gerade mal auch vor, was hier drauf steht. Die besondere norwegische Formel ist mit feuchtigkeitsspendendem Glycerin angereichert. Sie verdreifacht das Feuchtigkeitsniveau der Haut und spendet 48 Stunden intensive Feuchtigkeit, ja sie zieht sofort ein, das stimmt, sie dringt bis zu 10 Schichten tief in die Haut ein und spendet Feuchtigkeit, wo sie am dringendsten benötigt wird. Sie schützt vor, sie schützt vor Haut austrocknenden Umwelteinflüssen. Ab der ersten Anwendung wird selbst trockene Haut weich und geschmeidig. Für schöne und gesund aussehende Haut Tag für Tag mit einem frischen und zarten Duft, also ich kann sie euch wirklich ans Herz legen. Zudem ist sie praktisch, ja man muss nicht unnötig den Deckel aufschrauben, man kann einfach den Pumpspender benutzen, schnell auftragen. Die Haut wird samtig weich und ich habe es immer an den Schienbeinen, also gerade im Winter und im Frühling. Meine Schienbeine sind wie ausgetrocknet und ich habe mich bis jetzt immer gescheut. Ich hatte schon so viele Lotions und immer dieses Warten müssen, bis es eingezogen ist. Also das hat man bei dieser Creme überhaupt nicht. Bei dieser Lotion ist es einfach fantastisch. Wie gesagt, Neutrogena Deep Moisture sofort einziehende Bodylotion. Ich schreibe das auch alles nochmal unten rein, dann könnt ihr das auch alles nochmal nachlesen. Und von mir, also eine klare Kaufempfehlung, also jederzeit wieder. Die ist unheimlich toll und die kostet gar nicht so viel. Ich habe die gekauft bei Rossmann, ich glaube so um die 3,50 Euro, 3,60 Euro, ich weiß es gar nicht. Und es sind 400 Milliliter. Wisst ihr, wie oft ihr euch da eincremen könnt? Also wirklich, zieht schnell ein, ist wirklich wunderbar zur Haut und die Haut wird sanft. Die trockenen Stellen sogar bei mir an den Schienbeinen. Die gehen weg. Es ist kein Juckreiz mehr vorhanden. Also das ist wirklich die beste und ich habe mir gedacht, ich bin so froh, dass ich die bekommen habe. Also wirklich, könnt ihr kaufen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und habe mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt und sage einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure Jutta.